Was ist eigentlich mit Europa los? Es gibt Streit um Geld, Misstrauen in der Flüchtlingsfrage, geschlossene Grenzen, neue Mauern, immer mehr nationale Alleingänge. Ist der Traum von Europa ausgeträumt? Vor ein paar Tagen hat Papst Franziskus bei der Verleihung des Karlspreises deutlich gemacht, dass er an die Zukunft Europas glaubt. Er träumt, fast wie damals Martin Luther King. Er träumt von einem Europa, in dem in Menschen nicht in Profite investiert wird, in dem Arbeitsplätze geschaffen werden und Qualifikationen. Er träumt, dass es eine Freude ist, Kinder in die Welt zu setzen und zu heiraten und kein Problem, weil die Arbeit fehlt. Er träumt, dass die Armen geachtet werden, dass die alten Menschen ihren Platz finden und dass es keine Schande ist, als Migrant ins Land zu kommen. Nur, wenn einer alleine träumt, selbst wenn es der Papst ist, dann bleibt das nur ein Traum. Was aber wäre, wenn die französischen und polnischen, die spanischen und ungarischen, die italienischen und deutschen Bischöfe vom Schoß ihrer Regierungen herunterklettern würden, auf dem sie gerade sitzen und gemeinsam ihre Regierungen Aufforderungen würden, wir wollen diesen Traum leben, regiert diesen Traum. Das wäre der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Keine Alleingänge mehr einer nationalen Bischofskonferenz, sondern geschlossen hinter dem Traum des Papstes von Europa. Dafür muss man, glaube ich, noch viel, viel beten und darum bitte ich euch heute im Nachtgebet auf domradio.de um 22 Uhr. Dein Weihbischof Ansgar. ... ... ...